Ich habe einen deutschen Personalaufweis ausgestellt auf den Namen Nikolaus Grunwald, mit DT. Aber in Wirklichkeit heiße ich Nikolai Nikolaevich Grunwald. Kolja, was würdest du sagen, wenn Moskau auch dich... Mich? Kolja, ich habe mich in Moskau für dich verbirgt. Du willst ihn also nicht? Als freien Bittarbeiter vielleicht. Als illegal? Nein. Nein, ich heirate keine Deutschen. Ich bin also General... Eine konspirative Hochzeit. Jetzt mit uns ernst, Kolja. Ja, Sie sollen einen Agenten führen. Und den soll ich ins Auswärtige Amt führen. Ha, lauter Sache mit streng geheim. Lass doch diesen Rodenstock nach Frankfurt kommen zum Treff. Warum musst du immer nach Bonn? Du bist doch schließlich sein Vorgesetzter. Nein, gut. Ihr Mann und sie sind versetzt. Und woher? Nach Moskau. Verzeihung, die Grenze ist wohl noch nicht... Noch lange nicht. Ach. Der fährt langsamer. Was ist denn das? Wo kommt denn der her? Helfen Sie mir. Bitte. Ich werde meinen Flüchtling gern machen. In Ihrem Abteilung, meinem aber nicht... Aber nicht so lang, bitte. Wir sind ja hier reingekommen. Aufgesprochen. Ach so. Wichtig ist nur, dass wir den Jungen durch die Kontrolle bringen. Ja oder nein? Der junge Mann soll darüber gehen. In einen anderen Wagen. Die Typen kenn ich. Dass die Angst haben, das sieht man doch. Die machen in die Hosen vor Angst.